Ich weiß, ich bin auch immer so, wenn ich krank bin, ich will immer nicht so nah ran gehen. Was betrachtest du so? Der macht das seit neuestem, bei mir hat der gestern auch so gemacht. Oder wenn er mit mir im Bett liegt, macht er seinen Kopf an meinen Kopf, so ein Wurf. Du bist uninteressant, was willst du eigentlich? Ja, nee. Ich will mal, Abuelo. Man, es geht nicht mehr, Mann. Der hat Aua, jetzt hier, an diesem Zahn. Er fässt zwei, drei Tage, fässt er hier. Und dann merke ich, er kriegt da einen Zahn, weil er beißt da auch drauf. Das hat er hier gemacht, hat er unten gekriegt und oben hat er auch jetzt drei Stück. Aber die oben sind noch nicht ganz raus. Wird eh gleich runter.